Willkommen zu einem neuen Podcast von Rothaarig und Langhalsig. Jo meine Freunde und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Red Hairig and Longhalsig. Ich bin KuchenTV und wir müssen wahrscheinlich unseren Dachdecker vom Haus anzeigen, also abmachen. Wieso das denn? Ja lange Geschichte, guck mal, das Haus hat ja so Dachabschlusskanten, das sieht man ja immer und normalerweise sind die so metallfarben. Wir wollten aber unbedingt Andrazit haben. Das Ding ist, der Dachdecker hat sich halt auch nie bei uns gemeldet oder so, obwohl er irgendwie unsere Kontaktdaten hatte. Stattdessen hat er das Angebot von uns einfach an unsere Nachbarn gesendet, wo auch unsere Adresse drauf war. Und ja, das ist ja einfach ein Verstoß gegen den Datenschutz. Da gab es dann irgendwie auch keinen Kontakt zwischen uns beiden auf jeden Fall. Und wenn der das jetzt nicht kostenlos umtauscht, weil der hat schon jetzt irgendwie die Normalen dran gemacht, dann werden wir ihn abmahnen, damit wir den Umbau bezahlen können. Oder er baut es halt einfach so um, weil er einen Fehler gemacht hat und einfach unsere Daten weitergibt, dann mahnen wir ihn nicht ab, dann können wir das so klären. Ich bin gespannt. Okay, ich dachte schon, Alter, der hat sich jetzt irgendwie als Weihnachtsmann verkleidet, ist bei euch irgendwie besoffen durch einen Kamin geschnitten. Ja, so schlimm. Vor allem, weil das Ding ist, was mich wirklich triggert, unser, ja, wirklich unser Bauleiter, ich hab dem ja auch so geschrieben und, weil ich hab dem Dachdecker vor drei Wochen eine E-Mail geschrieben, dass es halt gar nicht weggeht, dass der einfach unsere Daten draus gibt. Und dann hat er mir so geschrieben, ja, ihre E-Mail war unvorteilhaft formuliert, wo ich mir so denke, Digga, es ist doch scheißegal, so, es geht doch gerade einfach auch um was Rechtliches, so, da hat er doch zu antworten. Und ich hab vor allem auch normal geschrieben, ich meinte einfach, dass wir doch richtig gegen vorgehen können, also ich hab den jetzt nicht beleidigt oder so. Dann hab ich halt noch so gesagt, ja, guck mal, der hat einfach unsere Adressdaten weitergegeben und der so, ja, das ist doof, aber das passiert ja zum Glück nicht so oft. Und sie sind ja 2015 auch mal in eine Schule reingegangen und haben da Leute gefilmt. Ach nee, er hat gesagt, vor einiger Zeit. Und das hat mich so getriggert, denn was er meint, ich glaub, das weiß gar keiner mehr von euch. Manuel war 2015 mal so eine Woche bei mir und wir wollten da auch so eine Folge Braunschweigs schlauste Köpfe spielen und sind dann einfach in so eine Schule in Braunschweig gegangen und haben dann quasi gefilmt, wie wir in eine Klasse reingegangen sind zu einer Schülerin und meinten so, ja, du hast Karten für die Lochis gewonnen und haben das Ganze gefilmt. Und ja, ist natürlich auch eine scheiß Aktion, gar keine Frage. Aber wir haben es halt nicht mal veröffentlicht und das hat doch auch nichts damit zu tun, dass irgendein Unternehmen einfach unsere Privatadresse weitergibt. Ey, ehrlich, das triggert mich so krass wirklich, ey. Das ist aber auch so eine weirde Entschuldigung, ne? Aber ich find's krass, dass der Typ das überhaupt noch weiß, weißt du? Weil das hattest du damals, also ich glaub, du hattest das mal in einem Video angesprochen. Das war ja dann so, dass ihr da irgendwie vom Direktor festgehalten wurdet oder irgendwie sowas, ne? Ja, 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 safe. Und dann kam die Polizei oder sowas. Ja, man, einfach, real talk, die Polizei kam dann, weil der wollte uns erst festhalten. Dann meinten wir so, nein, wir gehen jetzt, da haben wir keinen Bock drauf so, weil wir haben voll lange gewartet, es kam halt keiner. Und dann haben wir aber irgendwann gedacht, na gut, lass jetzt einfach kurz dahin das klären, weil ansonsten kriegen wir halt einen drauf oder so. Wenn wir halt das halt nicht klären, dann machen die eine Anzeige oder whatever. Und dann haben wir es halt lieber schnell so geklärt, ne? War auch deutlich einfacher, war auch alles gut. Ja, wir haben auch die Aufnahmen gelöscht, das nicht genutzt. Also es ist halt überhaupt nicht das Gleiche so, ne? Ja. Ja, aber trotzdem weider Flex. So, ja, wir haben ein Vergehen, aber du hast da vor fünf Jahren hast auch mal was gemacht. Deswegen sind wir jetzt klid. Ja, okay, cool. Ich versteh's auch nicht, Digga. Halt wirklich, das ist doch so zu sagen. Aber guck mal, vor sechs Jahren hast du auch mal einen Fehler gemacht. So siehst du, du kannst uns jetzt hier gar nicht dafür ansplashen. Oder die Firma halt. Ja, und ich hab den auch jetzt schon zehnmal versucht zu erreichen. Nee, geht nicht ran, antwortet nicht auf E-Mails wirklich, ich hasse das, Mann. Ich will doch einfach nur andrazitfarbene Dachschrägen haben. Wo ist das Problem? Meine Güte. Der Traum meines jeden Deutschen. Ich will doch einfach nur andrazitfarbene Hausdinger da haben. Jetzt gib doch. Junge, hallo. Ach, geil. Okay, ja, das war eine schöne Geschichte. Dann kommt jetzt mein Funfact. Hi, mein Name ist Tommy und ich hasse es, Hosen zu kaufen. Jetzt habt ihr es gehört. Ja, Digga, Realtalk, fühle ich. Haben wir es eigentlich schon mal erzählt? Das ist ja auch ein Funfact von mir sein können, verdammt, ey. Nein, nein, aber ich fühle das absolut. Das ist bei mir genau das Gleiche. Warum hast du das? Auch aus denselben Gründen? Es passen erst mal in die Hosen. Dann musst du die immer tausendmal umtauschen. Dann gibt es die, die dir gefällt, nicht mehr in deiner Größe. Und du musst ja auch irgendwie nach Länge und Breite irgendwie gucken. So, Digga, was, bist du ein Atlas oder was? Ey, ich weiß original nie meine Größen. Ich habe irgendwie 34 mal 34 oder 33, keine Ahnung. Irgendwie so richtig so eine Scheißgröße, die kein normaler Mensch sonst hat. Weil ich habe halt recht lange Beine oder halbwegs lange Beine, aber dafür auch saudünne. Weil egal, wie viele Beine ich trainiere, da passiert halt einfach nichts. Und ich habe halt so eine richtige Scheißgröße. Ich bin so der Slenderman so ein bisschen, weißt du? Und das Ding ist, wenn ich halt wirklich Hosen kaufe, dann muss ich immer so in zwei, drei Läden gehen und da irgendwie nach Hosen suchen. Und wenn ich dann mal eine gefunden habe, die irgendwie halbwegs nach Mensch aussieht, dann kaufe ich die mal direkt so zwei, dreimal. Einfach nur, damit ich die mal habe. Und das ist jetzt momentan auch so ein bisschen das Blöde, weil ich bin bei der Arbeit. Ich wechsle meine Hose halt so. Wie oft wechselst du deine Hose? Naja, ich trage halt derzeit noch kaum Jeans, aber wenn, dann trage ich die so eine Woche eigentlich. Außer die wird halt dreckig. Ich habe jetzt gerade sehr oft Nasenbluten. Kommen wir gleich auch noch zu. Freut euch also auf jeden Fall. Warum habe ich gerade so Anime-Assoziationen? Weißt du, immer wenn die hier irgendwelche Weiber sehen, dass die halt aus der Nase bluten. Ja, auf jeden Fall, ich denke so eine Woche ungefähr, das schon. Ja, okay. Ja, ich wechsle die halt auch so alle fünf Tage in etwa, denke ich mal. Aber das Ding ist, ich habe halt immer die scheiß selbe Hose an, weil ich kaufe mir dieselbe Hose halt immer dreimal so. Und ich glaube, meine Arbeitskollegen müssen denken, ich trage irgendwie seit vier Monaten so gefühlt dieselbe Hose. Das ist ein bisschen unangenehm. Deswegen habe ich mir jetzt heute mal eine blaue Hose noch gekauft nebenher, damit ich dann immer so noch wechseln kann, damit die nicht wechseln kann. Ja, guck, die hat eine andere Farbe, das ist eine ganz andere. Das ist kein Dreck, alles gut. Alles gut, ich wechsle die auch. Ich bin am überlegen, ob ich da irgendwie so offensichtliche Zeichen irgendwie so irgendwie mit Edding draufmalen soll. So eins, zwei und drei, weißt du, dass ich die mal durchwechsel, dass ich das mitbekomme. Ja, ich weiß nicht, bei mir ist es aber auch so, mit dem Hosenkaufen, ich habe sogar eine hier, die hat China mir irgendwann mal rausgesucht. Die hat sogar irgendwie Breite 38, was schon voll weit ist. Aber irgendwie hat auch jeder Hersteller wohl seine eigenen Zahlen oder so, keine Ahnung, weil sonst trage ich auch so 34. Und da passt mir die 38 nicht. Also ich komme wirklich gar nicht rein, wo ich mir so denke, hey, wie geht das denn? Also es macht wirklich einfach keinen Spaß. Weißt du, da feiere ich Jogginghosen halt viel mehr, weil die sind im Shop einfach in L, M und S und dann kaufst du die L und dann bist du glücklich. Dann hast du das. Das ist halt das Schöne, wenn du dann irgendwann selbstständig bist und du sagen kannst, ja, fickt euch doch, ich laufe jetzt nur noch mit Jogginghose rum. Ich glaube, daran erkennt man die Leute, die es irgendwann wirklich geschafft haben, weißt du? Aber wenn ich bei der Arbeit irgendwie in Jogginghose auftauchen würde, ich glaube, das wird den einen oder anderen komischen... Das sind halt die Leute, die dann wirklich auch den Respekt der Gesellschaft verdient haben. Der kann es sich leisten, in Jogginghose rumzulaufen. Ja, oder das ist das genaue Gegenteil, oder du bist halt arbeitslos. Oder das, ja, das ist halt immer das Ding, so wirst du halt immer gesehen, oh Gott, der Arbeitslose ist schon wieder meine Güte. Das ist halt eine tolle Gameshow, so arbeitslos oder erfolgreich. Ich hatte ja früher mal auf meinem... Ein Format, fett oder schwanger. Ja. Ja, vorweggenommen, gefickt, ja. Was, nee, das hatte ich doch mal quasi. Ja, genau, das wollte ich sagen. Ich wollte damit nur sagen, was für ein krasser Fan ich bin, dass ich das noch weiß. Da wollten wir auch mal eine Folge zusammen machen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist ganz gut, dass wir das nicht getan haben. Ich glaube auch. Ich hatte da ja auch irgendwie Hipster oder Obdachloser damals noch mit Reportagen zusammen und so weiter. Wilde Zeiten. Ja, kannst du heute alles nicht mehr bringen. Ja, stimmt. Schön. Achso, ich dachte, du willst dazu noch was sagen. Ja, aber deswegen, ich trage eigentlich... Ich muss aber sagen, also ich hatte jetzt ja... Vor drei Jahren hatte ich ja so meine Phase, wo ich sehr viel Into the Arm getragen habe. Dann hatte ich irgendwie jetzt meine Phase, wo ich ja so ein paar Markenklamotten gekauft habe. Und jetzt muss ich ehrlich gesagt zugeben, bin ich gerade in so einer Phase, wo ich so seriös rumlaufen möchte. So, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. So einen Anzug oder was? Nee, so einen Anzug nicht, aber so weiß ich nicht. Hemm, schicke Hose oder weiß ich nicht. Einfach so ein, ja, also ich sag mal so vernünftigen Pullover. Nicht so Hoodie, sondern wirklich so, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. So von Ralph Lauren, so das, was man... So ein Pullover halt einfach. Ja, so Poloshirts und solche Sachen. Ich weiß nicht warum, aber ich feiere das irgendwie auf einmal voll. Okay. Ich trage in letzter Zeit immer Korthemden oder so Baumwollhemden und so einen Scheiß, wie so einen Holzfäller. Korthemden, da kann ich so nichts mit anfangen. Ah doch, das sind doch... Ah ja. Einfach nur diese guten Hände. Ich glaube, das hatte ich letztens auf deiner Party auch irgendwie sowas an in die Richtung. Echt? Boah, nee, 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 nee. Da war ich so voll. Nee, aber in letzter Zeit... Ich weiß irgendwie... Ich finde, man kriegt es halt relativ schnell so hin, halbwegs seriös wenigstens auszusehen. Du musst einfach nur dein normales T-Shirt anziehen und dann ziehst du einfach so ein Korthemd drüber oder sowas für 20 Euro aus dem H&M. Und dann siehst du direkt wieder nach irgendwas aus und nicht wie so ein abgeranzter Penner. Ja, ich weiß nicht, irgendwie... Ich weiß nicht, ich fühle irgendwie gerade Markenklamotten nicht mehr. Ich weiß nicht, was natürlich doof ist, weil ich habe auch jetzt... Also ich gebe jetzt nicht nur Markenklamotten, aber ich habe ja auch halt so normale Sachen logischerweise. Da kriege ich auch gerade viel von YouTubern zugesendet. Halt Real Talk, mein kompletter Kleiderschrank ist voll. Ich kann den auch nicht mehr aufräumen, weil das passt nicht mehr alles rein. Ich muss das jetzt einfach nur noch reinwerfen. Das triggert mich auch so krass. Es nervt so richtig, man, wirklich. Also passt auf jeden Fall auf. Das sind wirklich Rich-Kids-Problems, muss ich sagen. Ja, das ist kein Problem, Dicker. Gib mir einfach ein paar mit das nächste Mal, dann passt das. Ja, ich habe schon mal geguckt, was zu klein ist, was ich dann irgendwie an Kollegen geben kann oder so. Was zu klein ist? Wie soll das denn noch irgendwen passen? Ja, wobei Keft kriegt man, glaube ich, in Sachen aus der Kinderabteilung, oder? Ja, also das Ding ist halt... Das Ding ist, dass ich mir manche Sachen früher in M gekauft habe, warum auch immer. Und ich habe so das Gefühl, bevor ich trainiert habe damals, also so ein bisschen wenigstens... Also ich habe ja mal, ich habe ja zehn Kilo zugenommen in der Zeit. Hat mir M noch gut gepasst, aber jetzt brauche ich halt L irgendwie. Und deswegen habe ich gestern schon so zwei, drei Sachen ausprobiert. So von Ralph Lauren zum Beispiel hatte ich noch so alte Pullover, die ich mal im Outlet gekauft habe. Die passen mir einfach nicht mehr. Die gehen einfach nicht mehr rein. So, das ist schon nervig auf jeden Fall. Und ja, deswegen gebe ich die Sachen dann halt einfach weiter. Alle meine Freunde sind kleiner als ich, deswegen geht das. Ich weiß noch damals, ich hatte halt, bevor ich in die Pfalz gezogen bin zum Studieren, war ich halt echt ein stabiler Lauch. Da habe ich irgendwie was, 65 Kilo gewogen oder so. Und ich habe da halt echt den Hemden in den S reingepasst und so. Und da habe ich in die Pfalz gezogen. Dann hatte ich hier halt mal stabil dann so eine Balkphase gemacht. Da hatte ich mit meiner Freundin ja damals ja Schluss gemacht mit der Polin. Und das ist ja immer so, wenn du mit irgendjemandem Schluss machst, irgendwie fängst du dann an, dich wieder halt fitter zu machen, damit du... Bei anderen Frauen gut ankommst. Genau, ja. Und dann habe ich halt angefangen, halt richtig viel zu essen, richtig viel zu trainieren. Damals halt irgendwie sechs Tage die Woche so. Und dann bin ich halt echt in einem halben Jahr schon ganz okay auseinandergegangen so. Und ich weiß noch, dann bin ich das erst mal nach Hause gefahren. Und dann meinte mein Vater so, ja hier, Tommy, du hast hier noch ein Hemd vergessen. Und ich hatte halt so ein komisches, auch so anthrazitfarbenes Hemd, so grau. Das hatte ich früher mal zum Feiern angezogen in Aachen. Und dann meinte ich so zu meinem Vater, ich glaube nicht, dass mir das noch passt. Und der so, hä, wieso? Du hast dich doch gar nicht verändert so. Und dann habe ich mir das mal gezeigt. Also meine Unterarme haben nicht mehr in das Ding für die Oberarme reingepasst. Und das Hemd, also hätte ich das versucht zuzuziehen, ich hätte das komplett zerrissen. Ich hätte es noch richtig in den Halt gemacht. Das war schon krass. Ja, bei mir ist es halt ähnlich, voll viele Sachen, die gar nicht mehr passen. Auch so, ich habe auch so ein T-Shirt, was ich früher getragen habe. Das hatte ich irgendwie mal vor einem Jahr an, nachdem ich trainiert habe. Das war wirklich komplett eng. Du hast meine Brustwarzen gesehen, alles komplett definiert. Wo ich zwar relativ muskulös ausgesehen habe, aber so soll das natürlich halt nicht sein. Das muss man natürlich dazu sagen. Oh Gott, das mit dem Brustwarzen, das erinnert mich irgendwann mal. Ich weiß nicht warum, aber mein Bruder hatte eine Phase, da dachte der, es wäre eine gute Idee, sich Nippelpiercings zu machen. Echt? Oh, ich weiß nicht. Also ich fühle ja generell solche Sachen auch nicht bei Frauen oder so, aber ich weiß nicht, gerade so Nippelpiercings oder auch, wenn man sich irgendwie an den Penis oder Vagina was machen lässt, ich weiß nicht, ich fühle das null wirklich. Nee, ey, ich habe da so beim Ansehen von sowas, aber wenn ich das höre, habe ich schon Schmerzen, so weißt du. Ja. Also das Einzige Gute ist, ich finde, bei Frauen geht es, aber das Gute ist immer so, wenn euch irgendwann mal ein Mädel erzählen sollte, so ja, ich habe übrigens Brustwarzenpiercings, dann sagst du immer, glaube ich, erst, wenn ich es gesehen habe. Ja, Lifehack. Klappt das? Einmal hat es geklappt, ja. Echt? Auf dem Festival oder was? Ja, bei meiner Mutti. Was? Nee, in einer Bar waren wir damals. Oh, okay, krass. Oh ja, weiß ich nicht, habe ich bisher noch nie erlebt. Habe ich aber auch noch nicht gefragt, muss ich zugeben. Das ist mein Eisbrecher. Das ist immer meine erste Frage. Hey, hast du eigentlich Brustwarzenpiercings? Hast du Brustwarzenpiercings? Ja, ich würde, ja, würde ich aber auch nicht so geil finden, irgendwie. Da wäre ich ja raus. Das ist halt so ein bisschen wie so ein Türgriff, weißt du? Top, top, top. Ja gut, aber kannst halt nicht aufmachen, ne? Das ist das Problem. Abreißen so. Einmal kannst du es. Nee, okay. Wie stehst du generell eigentlich zu Piercings? Was sagst du dazu? Äh, feiere ich überhaupt nicht, ich weiß nicht. Ich bin da einfach generell kein Fan von. Was ich am hässlichsten finde, glaube ich, mit auf jeden Fall, sind diese Nasenringe. Echt? Die dann wie so eine Kuh rumlaufen. Ja, Mann, wo ich mir so denke, boah. Ich wollte gerade sagen, das ist so mit... Soll ich dich melken, oder? Ist das nicht Septum dann? Ja, das ist auch nicht cool, aber ich meine tatsächlich noch was anderes. Oder weiß gar nicht, wie die heißen. Diese Ringe einfach, ne? Die du dann in der Nase hast quasi. Ja, ja, Septum. Wenn sie rausgucken. Ja, warum? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Das ist so einer der wenigen, die ich eigentlich ganz nett finde bei Frauen. Echt? Boah, keine Ahnung. Ich bin da... Aber ich stelle es mir jetzt super ätzend vor, wenn du sowas hast, weil ich hätte dann wahrscheinlich die ganze Zeit das Gefühl, ich hätte so eine volle Nase, weißt du? Oder wenn du dann irgendwie Schnupfen hast, dass da dann deine Propel sich da irgendwie so dran festkleben. Ja eben, das ist halt einfach, also finde ich halt voll widerlich. Oder was ich auch gar nicht feiere, sind diese Ohrlöcher, richtig? Also wenn die so richtig große, wenn du so richtig große Löcher daraus machst, ich weiß auch gar nicht, wie das heißt. So ein Tunnel. Ja, genau, so ein Tunnel finde ich auch so unnormal hässlich, Digga. Junge, 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 ehrlich. Also ich weiß nicht, warum man sowas macht. Keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Ich finde, da kommt es wieder so ein bisschen auf die Größe an. Also wenn das so ein paar Millimeter-Dinger nur sind, finde ich, geht es noch. Ja gut, das kann man noch verkraften, ja. Ja, wenn es so aussieht wie so eine Felge, dann ist das auch nicht mehr meins. Und vor allem das Ding ist ja auch dann, wenn du die dann irgendwann rausnimmst, wenn du dir sagst, da stehst du nicht mehr drauf, dann musst du die ja richtig zunähen lassen. Und das sieht dann halt irgendwann ein bisschen nicht so geil aus. Ja man, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wenn man jetzt das mit 18 oder so 19 sich machen lässt, dass man da mit 50 immer noch sagt, ja man, so will ich rumlaufen. Boah, weiß ich nicht. Wenn es einem mit 50 gefällt, so soll man es machen. Aber nee, meins ist es. Ja, jeder kann ja machen, was er möchte, ne. Aber ich finde es einfach hässlich, soll ich sagen. Ja, nee, ist ja okay. So, willst du das nächste Thema einleiten? Hast du noch was? Oder soll ich mal machen? Ja, ich habe ja gesagt, mit Nasenbluten. Stimmt ja. Also bei dir ist das wahrscheinlich nicht so, bei mir das ist auch todesnervig einfach. Ich kriege, also ich bin gerade wieder erkältet, ich habe keinen Corona, ich habe schon drei Tests gemacht, weil ich auch dachte so, oh, könnte schon sein. Und die waren halt alle negativ. Und bei mir ist das so, ich muss mir halt natürlich logischerweise mega auf die Nase schnauben. Und das nächste Problem daran ist, dass, ich weiß nicht, meine eine Nasenwand, das muss ich glaube ich mal einöden lassen oder wie das heißt, die ist halt anscheinend mega dünn. Und immer, wenn ich mir relativ oft die Nasen putzen muss, dann fängt es irgendwann an zu bluten. Und dann kriege ich safe vier- oder fünfmal richtig starkes Nasenbluten. Ich hatte das einfach gestern, wo ich Noah abholen wollte, musste ich zehn Minuten warten, bis ich reingehen konnte und musste da mit einem Kollegen zusammen reingehen, der mit mir Noah geholt hat, weil ich wirklich die ganze Zeit Nasenbluten hatte. Wirklich, es hört nicht auf. Auch heute Morgen halt, ich bin einfach aufgestanden. Ich hab mich nur so an der Nase draußen halt so gekratzt, wenn du so unten an den Nasenblöchern so lang gehst mit dem Daumen halt. Hat direkt angefangen zu bluten. 15 Minuten oder so. Und das auch richtig doll. Ey, das ist so nervig, wirklich. Ich hasse das. Scheiße. Das ist halt echt ätzend. Ey, ich hatte zum Glück noch nie Nasenbluten. Aber es gab ja immer diese Kinder, die dann in der Schule immer auf einmal plötzlich aufgesprungen sind und so den ganzen Tisch zu geblutet haben. Ja, Mann. Ja, ich hatte das, also so hab ich das auch eigentlich nie. Aber halt, ja, wenn ich erkältet bin, dann, also wenn ich einmal Nasenbluten hatte, dann kommt das leider relativ oft, ist das Problem. Mhm. Ja, shit. Hast du, kannst ja immer so Notfall-Tampons irgendwie dabei haben, schnell in die Nase stopfen. Ja, vor allem das Stressige ist ja echt, wenn du halt so kein Taschentuch oder sowas hast, ne, was machst du dann? Ja, also auf jeden Fall nicht den Kopf nach hinten, hab ich irgendwann mal gelernt. Ja, ja, das würde man nicht machen, weil das dann zu denkst. Das ist so richtig nervig. Eigentlich sollst du dir auch einfach was Kaltes in den Nacken tun, weil dann irgendwie, glaube ich, die Blutgefäße sich zusammenziehen oder so und dann kommt da halt kein Blut mehr raus. Das heute Morgen auch einfach nicht funktioniert. Ich hab zwei Kühlkissen mir auf den Nacken gelegt nacheinander und das hat trotzdem ist immer noch so Tropf, Tropf, Tropf. Er ist lächerlich, wirklich. Ich hasse das, ehrlich. Echt? Das hab ich noch nie gehört. Ja. Doch, hab ich jetzt, sehe ich aber auch gerade hier. Eine effektive Maßnahme zum Stoppen der Blutung ist das Zusammendrücken der Nasenflügel für einige Minuten. Unterstützend kann man einen kalten Waschlappen oder einen Kühlpack in den Nacken legen. Das hab ich noch nie gehört. Die Blutgefäße in der Nase ziehen sich dann durch einen Reflex zusammen. Verrückt. Okay. Ja, siehst du? Wieder was gelernt. Deswegen sind wir hier im Sektor Kultur. Ne? Ja. Jungen, wir haben euch wieder was beigebracht. Gerne, meine Freunde. Gar kein Problem. Das ist halt echt so. Schickt uns Geld. Danke. Hast du schon die neue Bushido-Serie gesehen, zufällig bei Amazon? Ne. Wollte ich mir angucken, aber hab ich dann irgendwie, ja, nicht so geguckt. Da hab ich heute mal, ich hatte ein bisschen Zeit vor dem Nachmittag und da hab ich tatsächlich mal reingeschaut, weil es mich irgendwie ein bisschen interessiert. Ich weiß nicht warum, aber ich finde dieses ganze Thema um den herum, das ist echt wie so ein Krimi, weißt du? Und du bist so live dabei. Du guckst da immer mal wieder rein und es passiert immer eine neue Scheiße. Und das war ja schon krass. Also ich bin noch nicht so weit, ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ja, ich bin erst bei Folge 4 oder sowas, aber wo es dann erzählt wurde hier, dass die da Polizeischutz haben, weil da sein ehemaliger Teamkamerad quasi irgendwie seine Familie irgendwie entführen wollte und keine Ahnung, das ist schon krank scheiße, denkst du dir so, ey, Alter. Na Mann. Ja, das ist halt einfach dieses, diese Großfamilie mit Clans und so weiter, da ist halt leider einfach so, dass da genau solche Leute halt unterwegs sind. Wenn du halt einmal drin bist, so ist es auch immer schwer, da rauszukommen. Da gibt es ja auch so viele Storys, dass da Leute, ja, weiß nicht, zusammengeschlagen werden und was weiß ich nicht alles. Das ist schon wirklich krass, ne? Also die haben ja auch so keine Grenze, sag ich mal, um so das, was die halt wollen durchzubringen, ja, würden die wahrscheinlich auch töten, so. Und das ist schon krass, da muss man halt aufpassen. Deswegen verstehe ich das doch nicht, dass wirklich jeder Rapper oder das Rapper generell angefangen haben, sich da mit solchen Leuten dann halt zu verbünden, weil klar, kann natürlich auch theoretisch gut laufen, ne, aber du siehst es ja auch bei Bushido zum Beispiel, ne, oder auch bei Shindy, K1 und Co, also hat auf jeden Fall schon gute Nachteile für dein Leben auch teilweise, ne, das, äh, ja, wirklich negativ ist dann. Ich, ich finde das halt generell so krass, dieses Ding, du, du brauchst unbedingt so einen Rücken, weißt du, damit du über andere Rapper irgendwas Blödes rappen kannst, weil, äh, sonst kommen Leute zu dir und hauen dir aufs Maul und wenn du dann nicht genügend Leute hinter dir stehen hast oder dich selber irgendwie verteidigen kannst, dann, äh, geht's dir schlecht und so weiter. Das finde ich schon eine ziemlich interessante Entwicklung. Meinst du, ist das wirklich notwendig, so im Deutschrap gerade, dass man wirklich so authentisch sein muss oder so? Hm, ja, ich würde nicht sagen, dass das nötig ist. Ich glaube, oder ich kann mir halt vorstellen, dass auch viele, also, dass halt generell, ich glaube, viele große Labels oder viele große Künstler, die man halt heute so kennt, die haben ja, glaube ich, einfach diesen Rücken. Und wenn du jetzt ein aufstrebender Künstler bist, kann ich mir entweder vorstellen, dass die auf dich zukommen und sagen, jo, wäre besser, wenn du mit uns zusammenarbeitest oder dass die halt sagen, ähm, oder dass du selber halt dahin gehst, weil du keine Möglichkeit hast, daran vorbeizukommen, ne? Weil wenn halt jetzt jedes große Label so einen Rücken hat oder generell mit so einer Familie zusammenarbeitet, du willst ja auch deinen Erfolg haben und musst ja quasi dann zu so einem großen Label gehen und dann ist es natürlich wieder gefährlich, sag ich mal, ne? Da kommst du ja irgendwie nicht raus. Ja, aber das ist halt auch wirklich nur in dieser Gangster-Rap-Schiene, ne? So alle anderen Rapper so, zumindest von dem, was man hört, da ist ja irgendwie gar nix so mit irgendwie Clans im Hintergrund oder so, ne? Das ist ja wirklich nur, wenn die so darüber rappen, so wie krass die Straße sind und so. So bei allen anderen. Ja gut, ich glaube, ich glaube, ich glaube, Marc Forster hat auf jeden Fall keinen Rücken. Ja, es sind halt eher so diese, ja, diese Gangster-Rapper halt, ne? Marc Forster hat Lena Meyer-Landrut, also mehr Rücken geht nicht. Ja, ja, das stimmt. Ja. Das finde ich schon krass, was da abgeht. Ja. Aber ich muss sagen, so meine Sache ist es dann zum Beispiel halt eher, ich stehe halt zum Beispiel eher so auf Comedy-Rap oder wenn dann so ganz asoziale Scheiße, die aber halt nicht so authentisch ist, weißt du, so Richtung Trailerpark-Alligator und sowas finde ich halt richtig lustig oder Rough-Fiction und so weiter. Aber das ist ja irgendwie so, gefühlt, so eine ganz andere Welt. Ja, ja, ich glaube, da hat wahrscheinlich keiner Probleme. Ich glaube, auch beim VBT ist man gut ohne Rücken und so weiter ausgekommen. Ne, ist halt einfach so diese Schiene und das ist halt aber auch das Erfolgreichste, was es halt heutzutage gibt einfach, ne? Ne, also so die erfolgreichsten Rapper, denke ich mal, die da auf jeden Fall unterwegs sind. Und ja, ich feiere Trailerpark auch, aber irgendwie auch nicht alles. Die haben ja auch so, sind so ein bisschen rocklastig irgendwie auch teilweise, würde ich sagen. Da feiere ich so vieles nicht so ganz, aber so ein paar Tracks kann ich mir auf jeden Fall auch geben, ne? Wie du schon sagst, die Asozialität ist halt schon geil einfach. Ja. Also ich stehe auch richtig einfach auf die Stimme von Alligator, wie wahrscheinlich jeder Mensch mit Ohren, ne? Ja, der fangt auch an dieser Stelle. Ja, also finde ich schön. Wir wollen nicht küssen, komm her, in unserem Podcast. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, ey. Danke, Merkel. Ah, nee, danke, Scholz. Das muss ich mich auch umgewöhnen, ey. Naja, Merkel kann ja trotzdem noch Schuld haben, alles gut, das geht ja nicht weg, ne? Ja, das stimmt wohl. Ne, genau, Mois hatte ja auch letztens ein Video gemacht, wieso er hier sein Format da zum Beispiel nicht mehr macht mit dem, oh Gott, wie hieß das bei dem? Wurde er auch so zusammen mit Manu Elsen und Sinan Giro und was? Nein, ist auch scheiß. Genau, wo sie da Leute bewertet haben, wo er dann auch erzählt hat, so im Endeffekt nach den ganzen Sendungen, weil da fühlt sich ja jeder als individueller Künstler einfach angegriffen, ne? Und ich sag mal so, bei Kunst ist es ja zum Beispiel so, entweder Sachen gefallen dir oder sie gefallen dir nicht. Ne, das ist ja immer eine subjektive Wahrnehmung. Und gerade in diesem Gangster-Rap-Milieu und so weiter, wenn du dann sagst, irgendwie öffentlich, weiß ich nicht, das Lied finde ich nicht geil, das finde ich ein bisschen kacke, dann sind die alle so in der Ehre gekränkt, dass du dann im Nachhinein immer mit super vielen Leuten erstmal telefonieren musst, weil dich dann jeder, irgendwo wieder einer abstechen will und so. Da denke ich mir auch so, hey, man kann es aber auch echt ein bisschen übertreiben. Ja, sowas finde ich auch einfach nervig. Ich meine, vor allem, ich meine, das Format heißt ja auch Nice or Scheiß, das heißt, wenn du dein eigenes Lied da hinschickst, dann muss dir ja auch eigentlich klar sein, dass es halt auch die Möglichkeit gibt, dass es halt nicht gefeiert wird. Und daran ist ja auch, wie du sagst, halt nicht schlimm, so okay, dann feiert Moist das halt nichts. Ja, ich denke aber auch, die Leute sind dann halt gekränkt, wahrscheinlich haben die auch gehofft, so ey, wenn er das feiert, das gibt natürlich voll den Reichweiten-Push irgendwie, wenn der Streamer oder das Video dann hunderttausende Aufrufe bekommt. Ja, und dann halt irgendwie auch im Hintergrund auf Harten machen und dann irgendwie beleidigen oder abstechen wollen oder whatever ist halt, ja, finde ich auch wack einfach, ne, ist halt unnötig. Kann ich halt schon verstehen, dass man sich da jetzt zurückhält. Man sieht ja auch generell im Deutschrap beispielsweise, selbst wenn man ja Rapper nur kritisiert, auch wie ich oder zum Beispiel auch ABK das gemacht haben bei Shirin David mit ABK zum Beispiel, ne, da wurde der ja auch bedroht dann irgendwie, ne, von Flair und auch vom Manager von Shirin David und so mit, ja, wir boxen dich und bla bla bla, wo ich mir auch so denke, Digga, das ist halt voll krass, weil ich hab die Videos von ABK gesehen und klar, hat sich halt über die lustig gemacht, wie er das halt immer macht, aber, ähm, hat jetzt halt nicht irgendwie sie beleidigt oder großartig so fertig gemacht, sag ich mal, sondern hat halt schon auch Kritik geäußert. Und das ist schon krass, ne, dass den Leuten das dann so aufstößt, dass die halt wirklich auch Leute zu dir schicken würden. Ja, ja, das denke ich mir auch so, Alter, chillt man eine Runde. Ja, stell mir vor, das wäre bei YouTubern jetzt noch so. Weißt du, du hast ein Video über einen anderen YouTuber und der schickt dir direkt jemanden vorbei. Ja, wobei, wo ich den Beef mit KS-Rick habe, hat sogar tatsächlich ein Kollege von ihm mal bei mir angerufen, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Echt? Ähm, ja, das, äh, sein, also der war schwarz, der Kollege von ihm, ich weiß gar nicht, wie der hieß, ich hab den genau vor Augen, ich weiß genau, wie der aussieht, aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ja, genau, Digga, richtig, lol. Matthew hat dann irgendwie bei mir angerufen, das ist auch so dumm, das hab ich auch in irgendeinem Video dann erzählt gehabt, ähm, der meinte so, ja, äh, wir wollen nichts von dir irgendwie, lass uns in Ruhe oder whatever, und, äh, ich glaub, einen Tag davor hat irgendeiner von denen sogar ein Video über mich gedroppt, oder ich glaub, davor kam dieser Livestream von Instagram von KS-Rick, wo er ja voll über mich abgelästert hat, dann ruft er so an mit, ja, du bist uns egal, äh, erzähl einfach nichts über uns, wo ich so denke, hä, ihr habt doch gerade was über mich erzählt, also auch so richtig dumm, ähm, und, äh, ja, fand ich auch schon sehr peinlich, dass sich da KS-Freak auch nicht selber meldet, falls er den überhaupt geschickt hat, das weiß man ja auch nicht, aber dass da Matthew so von der Seite kommt und mir dann einen erzählen will, wo ich mir so denke, Bro, wir haben gar nichts miteinander zu tun, du juckst mich nicht mal, also, was willst du jetzt hier labern? Aber KS-Freak landet der demnächst auch mal bei dir bei abgestürzte YouTuber eigentlich? Oder war der da schon? Ich glaub, der war da schon, ich hab mir das irgendwann mal aufgeschrieben, weil es wirklich zu viele geworden sind irgendwann, ich meine, der war da, der war da schon mal drin. Okay, ich bin mir grad nicht sicher, ich bin grad nur mal so aus Interesse nochmal auf seinen Kanal gegangen und hier, ähm, endlich Seiten auf null Video vor zwei Wochen, 30.000 Aufrufe. Ja, läuft leider nicht mehr so, ne? Ja, ist immer noch halbwegs gut dabei so, aber der ist halt echt abgeschmiert, ne? Ja, ich find's persönlich auch sehr schade, muss ich sagen, weil ich hab mich auch mit einem Kollegen drüber unterhalten, also mein Kollege findet den halt übelst nervig, also ich feier ihn jetzt auch nicht, aber ich finde, KS-Freak hat so eine, so eine komplett eigene Art einfach, so weißt du, was ich meine? Also ich finde das schon cool, wenn der auf YouTube auch weiterhin Videos macht und auch gut ein bisschen Erfolg hat gerne, äh, weil der einfach so, ja, so eine eigene, so eine auf YouTube gibt's halt keinen anderen, der halt so ist wie KS-Freak, ich denke mal, dass das auch ein Grund ist, warum der halt früher so erfolgreich gewesen ist, deswegen find ich das sogar sehr, sehr schade, dass er jetzt so, so abgestürzt ist, wobei man aber auch sagen muss, er hat aber auch nicht aktiv durchgezogen, ne? Also der hat irgendwann ja auch schon halt einfach dann das liegen lassen, sag ich mal, ne? Und hat ja aufgehört Videos zu machen, jetzt hat er wieder angefangen, hat aber dann doch wieder aufgehört, aber ich glaub, wenn er wirklich mal aktiv Videos durchziehen würde, dann denk ich schon, würde der auf jeden Fall auch wieder auf seine 100k oder so pro Video kommen. Ähm, hatte der nicht ganz früher mal, oder hab ich das jetzt falsch in Erinnerung, hatte der nicht mit Call of Duty angefangen oder so auch? Ja, ja, wie gefühlt alle, ne, die damals Videos gemacht haben. Das find ich halt immer so schade, ne, dass die Leute wirklich so komplett der Sache immer so den, den Rücken zudrehen, so mit dem sie angefangen haben und mit dem sie so im Endeffekt erfolgreich geworden sind. Aber wie gesagt, ich hab keine Ahnung, ob das wirklich da war. Ja, vor allem Realtalk, also, ja, ich denke mal, ja, ich weiß, ich denke, es gibt schon einige, die dann gemerkt haben, dass man mit Real-Life-Videos auf jeden Fall mehr, mehr Reichweite generieren kann, was ja auch per se erstmal nicht Schlimmes ist. Es gibt bestimmt auch Leute, die sich halt selber dachten, ja, weiß ich nicht, ich hab jetzt fünf Jahre hier das Gleiche auf YouTube gemacht, jetzt hab ich keinen Bock mehr, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, und das Ding ist aber, ich hab's auch nicht verstanden, warum die dann immer was komplett anderes gemacht haben, beziehungsweise ich hätt doch als Zweitkanal dann einfach weiterhin COD-Videos gebracht, oder? Also, ich mein, das hat dich ja groß gemacht, die hätten ja trotzdem eine Riesenreichweite und du kannst ja zusätzlich auch noch deine normalen Videos drehen, aber das wär ja, finde ich, einfach deutlich klüger gewesen, das so zu machen. Also, dass du dann quasi beides hast. Ja, denke ich mir auch so, weiß ich nicht, ich glaub PewDiePie hat das halt perfekt gemacht im Endeffekt, weil der hatte ja seine Gaming-Videos und hatte dann immer hier seinen Friday with PewDiePie, wo er dann so als Privatperson aufgetreten ist, weißt du so, dass du beide, beide Aspekte drin hattest, das war eigentlich das Klügste, was man machen kann. Ja. Ja, vielleicht, vielleicht fängt er sich ja wieder. Ähm, ich hatte irgendwann mal reingeschaut und da war er mir irgendwie ein bisschen zu aufgedreht, also ein bisschen viel zu aufgedreht, wo er da irgendwie so Straßensachen gemacht hat. Das war so klar, nicht meine Welt. Ähm, ich mag, also gut, das ist halt wieder subjektiv, ne? Ich steh halt nicht drauf, wenn Leute so ADHS-mäßig durch die Gegend schreien und so. Ja, das fühl ich auch nicht so. Ich find, also es gibt schon lustige Real-Life-Videos, die man machen kann, aber jetzt halt, naja, so rumlaufen, rumschreien oder so und einfach nur Kacke bauen, ich weiß nicht, das fühl ich auch nicht so wirklich, muss ich sagen, da bin ich auch heraus. Ja, okay. Aber irgendwas wollte ich sagen, da kloppt das Alzheimer wieder an. Genau, nee, ähm, in der letzten Folge, auch bezüglich, bezogen auf YouTube, hatten wir es ja drüber gesprochen, dass du mal gesagt hast, dass du immer so aus Spaß Englisch redest, ne? Äh, yeah, that's right. Ja, und, ähm, da hattest du ja aufgehört zu recorden, wo meine Audiospur noch lief, deswegen hab ich's rausgeschnitten im Endeffekt, aber da hatten wir drüber geredet, dass es auf YouTube ja schon einige Kanäle gibt, bei denen eine neue Funktion freigeschaltet wurde, so testweise, äh, wo du quasi verschiedene Audiospuren zu deinen Videos hinzufügen kannst. Das heißt, wenn du ein Video auf Deutsch hast, kannst du eine englische Audiospur einfach hinmachen, sodass die Leute dann die Audiospuren wechseln können. Und ich find, das ist ein verdammt geiles Feature, äh, und da hat mich einfach mal persönlich interessiert, würdest du das nutzen, wenn das, äh, auch für, für uns, ähm, verfügbar ist? Naja, ich kann ja kein Englisch, also ich kann ja meine Videos nicht auf Englisch dann nochmal machen. Ja, aber du könntest ja zum Beispiel jemanden suchen, der Englisch spricht und die Sachen dann für dich einfach dubbt, weißt du? Ja, okay, gut, da müsste man aber auch wieder gucken, inwiefern sich das lohnt, also jetzt in dem Sinne, ähm, der müsste das ja quasi genau so sagen wie ich, also der können, also der hat ja das Skript und muss das nicht nur übersetzen und ich halte mich eh nicht eins zu eins an Skript, sondern der müsste ja wirklich das genau so nachsprechen, wie ich das gemacht hab, also mit ähnlicher Betonung und so, dass das halt auch so vor meinen Gestiken und so weiter halt noch irgendwie funktioniert. Und ich glaube, das wär halt ein Aufwand pro Video, das muss ja auch bezahlt werden, was sich wahrscheinlich nicht lohnen würde. Wenn ich Englisch sprechen könnte, dann würd ich das glaub ich machen, dann hätt ich damit kein Problem, ähm, weil, dass ich das auch, das Feature einfach sehr geil finde und, äh, dass einem ja auch neue Türen öffnen könnte an Zuschauern so. Aber ich glaub, das lohnt sich halt finanziell nicht, ne? Wenn du jetzt wirklich so ein Skript hast, was du einfach runterredest, dann ist es wahrscheinlich kein Problem, aber ich schreib zwar ein Skript, aber geb das dann halt eher Freestyle-mäßig auch wieder, nur sinngemäß halt. Ja, deswegen lohnt sich das nicht. Okay, also es ist ja zum Beispiel auch so MrBeast zum Beispiel, den gibt's ja auch in 400.000 verschiedenen Sprachen, so gefühlt, ne? Aber der hat halt wirklich einzelne Kanäle dann dafür. Äh, MrBeast, äh, Französisch, MrBeast, Spanisch und so weiter, ja. Wo halt einfach drüber gedappt wird von anderen Sprechern. Ach krass, das wusste ich gar nicht, ich kenne nur seinen Hauptkanal. Ne, ne, also, und die sind auch recht erfolgreich, gerade der spanische Kanal und so weiter, das ist halt schon geil, weil, äh, weiß ich nicht, also so auf Englisch könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass ich halt versuche, meine Videos irgendwie zu übersetzen. Ähm, ich glaub, das wird halt ein bisschen schwer, weil ich mach ja ganz viel mit Wortspielen so und die funktionieren ja im Englischen dann nicht so wie im Deutschen. Da müsste man sich da was Einiges ausdenken, äh, Eigenes ausdenken, so. Ähm, aber ich glaub, da hätte ich schon Spaß dran. Ich hatte ja damals auch, äh, nachdem ich meinen YouTube-Kanal gelöscht hatte, hatte ich ja auch mal für eine Zeit lang irgendwie für drei, vier Videos oder so, ähm, englische Videos produziert. Ähm, da wurde dann aber auch kritisiert, dass ich zu sehr deutsch klinge. Und ja, das ist halt einfach so, ne? Was willst du machen, Alter? Ich hab mal, äh, mit einem Kollegen, das ist irgendwie auch schon voll lange her, das war auch so 2014, wollten wir mal bei Kickstarter tatsächlich, ähm, so ein Projekt starten. Äh, es gab damals ja bei Warcraft 3 so eine Map, die hieß, äh, Risk Revolution. Da hattest du quasi so die Weltkarte, da waren dann, oder die Europakarte, da waren dann in jedem Land so, ähm, Basen und die musstest du halt einnehmen und wenn du ein ganzes Land eingenommen hast, dann hast du immer so Income bekommen und Truppen und so weiter dafür. Und da musstest du quasi die ganze Welt erobern, ne? Gegen dann irgendwie zwölf Spieler oder so. Und, äh, das an sich fand ich immer mega geil und ich hatte vor, damals so einen Kollegen das als eigenes Spiel rauszubringen. Das Ding ist, wir hatten halt geile Ideen, wir haben uns auch voll viele Gedanken darüber gemacht, aber hatten halt weder Geld noch die Skills dafür und, äh, wollten dann so ein Kickstarter-Projekt starten, wo wir quasi Geld sammeln, um Leute einzustellen, die das halt für uns machen. Äh, auch, äh, das ist auch so eine dumme Idee eigentlich, das ist halt auch nie im Leben, hätte das halt funktioniert, aber keiner. Wir dachten so, ja, einfach mal versuchen. Und, ähm, ich sollte halt der Sprecher sein, weil mein Kollege wollte halt nicht ins Internet und wir haben halt auch locker, kann ja, ich glaub eine Stunde oder so, äh, das aufgenommen, was dann am Ende so vier Minuten ging, so ein Video, wo wir uns vorgestellt haben, weil ich halt alles in Englisch vorlesen musste und ich hab wirklich jeden Satz tausend Fehler gemacht. Wirklich, das war so schlimm, ey. Bitte sag mir, dass du das noch irgendwo rumfliegen hast. Äh, leider nicht, ne. Scheiße, das wär so ein richtig geiler Zusatz-Content für Insta oder so. Ja. Naja, das wär echt mega geil, aber leider nicht. Ich hab ja auch letztens auf dem Game Boy meiner Freundin, äh, auf dem Game Boy, den ich meiner Mutter geschenkt habe, so, wobei ist ja auch das Gleiche, ähm, ja, ja, hab ich, äh, eine Aufnahme gefunden, da hab ich einfach Coca-Musik von Kollegah, diesen Double-Time-Part auf meinem Nintendo DSi gerappt, also versucht, 2011, ey, das ist, ist krass, aber ich feier sowas, ne, ich hab den halt echt random wiedergefunden, da waren noch so voll viele alte, also ein paar alte Bilder und so weiter drauf, hab ich schon gefühlt, auf jeden Fall, muss ich sagen. Geil, feier ich. Ja. Also du sagst eher, du würdest die Englisch-Funktion dann nicht benutzen? Ne, würde sich leider nicht lohnen, denke ich. Okay. Ja, aber ey, ich hatte schon Bock, äh, so dann, so Leute, die mir meine Videos dann irgendwie auf Spanisch noch einsprechen oder so, ich glaub, ich würde das richtig witzig finden. Das Problem ist nur, ich könnte's überhaupt nicht überprüfen, ob das richtig ist oder nicht, ne, und im Endeffekt sagen die dann da irgendeine richtige Scheiße. Ja, Mann, hab ich mir auch schon so überlegt, auch wenn du irgendwie, weiß nicht, wenn du im Ausland unterwegs bist oder so, und die Mitarbeiter reden auf ihrer Sprache, du weißt auch nicht, beleidigen die dich jetzt oder, ist ja auch schon mal vorgekommen. Ja. Ähm, gut, da hab ich halt nur so ne, das hab ich jetzt so im Internet gelesen, bei Jodel kann doch natürlich falsch sein, fand ich aber trotzdem auch krass irgendwie, äh, die waren wohl irgendwie zwei vietnamesische, äh, Mitarbeiter da oder so, und, äh, die haben halt die ganze Zeit dann über die eine quasi so gelästert, sag ich mal, und, äh, das, das Ding war halt, dass die, ähm, dann nie verstanden hat, was die gesagt hat, und dann ist irgendwann ihre Freundin mal mitgekommen, die das halt sprechen konnte, und dann hat die halt so herausgefunden, dass sie die die ganze Zeit beleidigt und fertig gemacht haben. Weiß nicht, ob das stimmt, aber ist bestimmt schon mal vorgekommen, ne, weil es bietet sich ja dummerweise halt schon an, dann so abzulästern, ne, das ist ja auch nochmal so, boah, krass, wir lästern vor der, weil die versteht uns nicht. Ja, ist natürlich halt doof, wenn man dann halt dabei gehört wird, ne. Ja, das war ja auch, äh, wir waren mal am Gardasee, äh, im Urlaub mit meiner Mutter und ihrem damaligen Freund, und, äh, der Freund war halt Italiener, aber das hat man dem halt nicht angesehen, und dann hatten wir halt auch so eine echt dumme, ähm, wie nennt man die, Hotelfachfrau, keine Ahnung, die ja putzt, Putzfrau, Hotelfachfrau, irgendwie sowas, auf jeden Fall, und die hat dann halt auch mit der anderen Kollegin so richtig über uns gelästert oder uns irgendwas Dummes gesagt, weil die nicht wussten, dass der Freund halt dann Italienisch verstanden hat, und ihr dann irgendwann mal so auf Italienisch geantwortet hat, und das war dann so unangenehm, das war einfach nur schön. Ja, ich hab, äh, das auch mal gehabt, wir sind ja mal vom, äh, Flugzeug nach, äh, von, wo waren wir denn da, äh, von der Domrep sind wir zurück nach Paris geflogen, und da waren auch, äh, mit uns, so ein paar Plätze weiter, waren auch irgendwie so Franzosen, und am Anfang hab ich mich halt auch so mega darüber aufgeregt, weil wir wollten, ja, eigentlich auch nur, wir wollten halt unbedingt Business fliegen, und wir haben online die ganze Zeit keine Funktion gehabt, um das abzugraden, wirklich überhaupt nicht, und wo wir dann beim Flughafen waren, war nur noch ein Platz frei, so hab ich mich auch aufgeregt, und meines Erachtens, das ist ja ne Scheiße, weil meiner Freundin ging's auch richtig dreckig, und dann hast du ja, wir waren zwei, äh, hier Premium-Economy, oder wie das heißt, aber die hat ja kaum Beinfreiheit gemacht, da ist die grad schwanger gewesen, und die hat ja übelste Schwangerschaftsübelkeit, und ich hab mich dann darüber beschwert, ich mein, was soll denn die Scheiße hier, ne, wir haben uns extra gedings gehabt, hab ich kurz aufgeregt halt, und, äh, dann haben die auch da die ganze Zeit über uns abgelästert, und meine Freundin hatte ja auch Französisch, und die haben wohl auch so was gesagt, ja, hier, die Eltern haben wieder alles bezahlt, bla bla bla, äh, ich wollte erst tatsächlich halt danach zu denen hingehen, irgendwie nach dem Flug, und, ich weiß nicht, die irgendwie mit irgendwas fronten, so im Sinne von, so, ja, wir haben schon verstanden, was ihr gesagt habt, aber, äh, ist falsch, aber ich hab die leider nicht mehr gesehen. Ja, ne, find ich auch super unangebracht, und unangenehm, so was, äh, ich find das auch, ähm, super ätzend, wenn du irgendwie, ich, ich weiß ja, dass du, wenn du im Einzelhandel arbeitest, ich, ich, ich glaub, du brauchst auch Nerven aus Stahl, weil ich, ich, ich könnt das nicht, Alter, ich würd da irgendjemanden unboxen, ich sag's dir, wenn ich den ganzen Tag mit so grenzibilen Kunden unterwegs sein muss, aber ich find, wenn man dann wirklich so einen Job hat, dann sollte man trotzdem ein bisschen an sich halten, und nicht vor den Kunden über die lästern, so, also, das passiert ja oft genug, so in Läden, dass die dann Leute so irgendwie mit den Augen drehen, oder sowas, weißt du? Ja, aber ich, ich muss auch sagen, also, teilweise kann ich die Leute aber auch verstehen, das ist ja wirklich, also, man, man merkt ja auch, was für Idioten es auf der Welt gibt, oder über was sich teilweise beschwert wird, wo ich mir auch so denke, Junge, es ist doch, geh doch einfach weiter. Ich hab jetzt leider gerade kein Beispiel, aber im Einzelhandel kriegt man das ja oft mit, das sollte sich wirklich wegen den dümmsten Sachen irgendwie aufregen, wo ich mir auch so denke, ey, geh doch einfach weg und lass gut sein, wo ist jetzt das scheiß Problem, ey? Ja, also, wir waren halt heute auch zum Beispiel da in so einem Café oder sowas, und da dürfen halt zur Zeit immer nur zwei Leute vor die Theke oder sowas, weißt du? Und dann war da halt auch die Kellnerin, und dann kamen Leute noch hinter uns rein, und dann meinte die Kellnerin auch so, boah, nur zwei maximal, oh, die Leute können alle nicht lesen, und so, weißt du, während die daneben stehen. Ich hab ja so, komm, Dicker. Dann sind die halt auch weggegangen, so versteh ich, Alter, wär ich auch. Ja, oder ich weiß nicht, was ich auch an Kunden halt auch cringe finde, sind halt auch Leute, die sich jetzt über die Maskenpflicht oder sowas beschweren, also gibt's halt immer noch, wenn irgendwie ankommen und sagen, ja, hier, wie, FPP-2-Maske, was soll denn das, lass mich doch hier rein, wo ich mir so denke, Bruder, also, das Unternehmen, also jetzt die Bar oder Restaurant oder Einzelhandel, whatever, die hat ja die Regel nicht gemacht, die muss die ja nur einhalten, so, vielleicht finden die das auch kacke, aber sie müssen's ja einfach tun. Also, dann beschwere dich doch nicht bei denen, dann schreibt doch der Politik einen doofen Brief oder so, anstatt dich jetzt bei den, äh, bei da irgendeiner Mitarbeiterin sogar noch zu beschweren, die ja noch weniger dafür kann. Also, die hat ja wirklich gar kein Mitspracherecht dabei gehabt. Ja, ich find auch so, der größte Allmann-Move, den du dann im Nachhinein bringen kannst, ist, äh, negative Google-Bewertungen zu hinterlassen. So ein Stern. Ja, ja, mein Safe. Aber so bin ich auch, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Also, da, da seh ich mich. Hast du dich da auch schon mal so richtig aufgeregt und dann nur eine Sterne-Bewertung irgendwo hingegeben? Ja, auf jeden Fall, Safe. Echt? Ich müsste mal gucken, wo, aber auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ich hab das ein einziges Mal gehabt. Nee, ja, nee, zweimal hab ich das gehabt. Einmal, ähm, da war, wir haben so eine, so einen Suppenladen oder sowas, weißt du, wo es so Suppen und Salate und so einen Scheiß gibt. Da ging halt meine Freundin früher immer ganz gerne hin. Aber die sind mir halt irgendwann so teuer geworden, weil die haben dir immer weniger gegeben, so, weißt du. Und das ist dann so, da wird halt vor deinen Augen quasi das Essen gemacht. Und ich hatte mir dann so einen scheiß Salat bestellt, der dann schon fünf Euro kostet für so eine kleine Schüssel, weißt du. und dann packt die mir da so ein paar Blätter rein und dann geht die in den Salat rein und nimmt Blätter wieder raus und packt die zurück in die Theke, wo ich mir auch so dachte, dicker, ey, das war im Endeffekt so eine halbe Schüssel, weißt du, für fünf Euro. Und da war ich so getriggert, dass ich denen eine böse Nachricht geschrieben hab. Ja. Und einmal waren wir in Heidelberg, da gibt's so einen, so einen Japaner oder sowas, der ist eigentlich super lecker, aber da standen wir mal irgendwie 30 Minuten einfach vor der, bevor wir da reingelassen wurden, da wurden wir doch so blöd angezickt irgendwie von der Verkäuferin und so, da haben wir gedacht so, nee, Alter, dann sind wir gegangen. Ja. Ja, ich weiß, ich hatte das, ich hab jetzt mal geguckt hier bei Google bei meinen Bewertungen, also ich hab vor elf Monaten mal einen Bäcker schlecht bewertet, ähm, ja, mit einem Stern. Digga, das ist, ach, der, ich, weil eine Sache, die ich beim Bäcker wirklich nicht verstehe, warum gibt es einige Brötchen, die mit Remoulade beschmiert sind? Warum? Also ich kenn voll viele Leute, die Remoulade nicht mögen, aber niemanden, der Butter nicht mag. Weil Butter ist ja so Standard, so Remoulade ist ja schon nochmal sowas Besonderes, sag ich mal. Warum? Ich versteh's wirklich nicht, warum muss man da, ähm, muss man da Remoulade drauf machen? So, das Ding ist, meine Freundin ist halt hingegangen und ich mag halt Remoulade gar nicht und hat so gesagt, ja, der darf das aus, äh, aus allergischen Gründen darf der das halt nicht essen, so, ne, ob's halt irgendwie möglich wäre, halt auch eins mit Butter zu bekommen, weil die haben ja auch Butter da. Und die meinte so, ja, ich mach doch hier jetzt kein Brötchen, halt, war halt mega unfreundlich, ähm, und dann irgendwie ein paar Tage später war sie nochmal da und hat nochmal nachgefragt, weil da waren wir halt wieder da und da hat sie auch einfach nur gesagt, nö, wir machen das halt hier nicht, ähm, haben wir jetzt keinen Bock drauf quasi, wo ich mir auch so denke, hä, also was ist das denn? Geil. Ich hab aber grad mal nachgeschaut, und zwar sind Remoulade und Mayonnaise einfach viel billiger als Butter, deswegen wird das wohl verwendet. Ja, okay, gut, das kann sein, aber ich find's halt ekelhaft, so nicht, ich weiß nicht, wenn, dann sollte man ja zumindest die Auswahl haben, also du kannst ja halt standardmäßig der Remoulade draufmachen, aber dann geh doch kurz auf den Wunsch ein. Ich mein, so ein Brötchen zu belegen, Bruder, das dauert 30 Sekunden, da war nicht mal viel los oder so, und selbst wenn solltest du ja eigentlich kundenfreundlich sein, check ich halt nicht. Aber ich hab hier nochmal geguckt, was auch geil war, vor einem Jahr haben wir ja mal bei so einem Laden in Braunschweig bestellt, auch richtig widerlich, ähm, da hab ich so einen Falafel-Dürüm halt bestellt, und ich hab extra hingeschrieben, dass ich keine Gurken will, äh, oder ein Kollege hat die, glaub ich, bestellt, weil der auch dagegen irgendwie allergisch ist oder so, und, äh, darauf wurde halt nicht gehört, darauf, da waren einfach Gurken drin, und dazu waren in diesem Falafel-Dürüm auch einfach rote Beete, da stand nicht mal online, dass sie da rote Beete reinmachen, und, äh, ich weiß gar nicht, war das für mich oder ein Kollege, ich weiß gar nicht, aber Gurken vertrage ich eigentlich. Naja, auf jeden Fall rote Beete mag ich halt gar nicht, mein Kollege war, das glaub ich, auch nicht vertragen, steht zumindest hier, so, das heißt, wir konnten den halt einfach genauso in den Müll schmeißen. Geil. Geil, weil die halt das nicht richtig angegeben haben, und, äh, bei meiner Freundin, äh, die hat extra dazu geschrieben, ja, mit Tzatziki, das war auch dabei, aber dafür haben die dann den Salat weggelassen, also, das war wirklich so eine Kackbestellung, da hab ich auch direkt gesagt, so, Digga, ein Stern auf jeden Fall, da kenn ich gar nichts. Boah, mit diesem, äh, mit diesem allergisch gegen Essen sein, da musste ich grad dran denken, wir hatten, ähm, damals in der Schule einen sehr interessanten Junge, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt hab, ich mach's jetzt einfach trotzdem, weil nach 40 Folgen weiß ich eh nicht mehr, worüber wir schon geredet haben, worüber nicht, und, äh, der war so ein bisschen, ja, ich sag's mal einfach interessant, und, ähm, der war gegen, gefühlt, alles allergisch, und das, was er essen durfte, durfte er wegen seiner Religion nicht essen, weißt du, du kannst dir vorstellen, wir sind damals zu ihm nach Hause, wurden wir eingeladen zum Geburtstag, und der hat uns so gesagt, ja, es gibt Pizza, es gibt Pizza, Digga, es gab keine Pizza, weil der ist gegen Pizza allergisch, es gab im Endeffekt Fladenbrot mit so Fake-Käse drauf, das war's, so ohne Tomatensauce und ohne alles, ich weiß ja, das, das wird mich, das verfolgt mich bis heute, wenn ich dran denke, auf jeden Fall, wir waren dann mit der Schule halt auch im Urlaub, äh, nicht im Urlaub, so Ferienfreizeitmäßig, waren wir am Gardasee gewesen, und dann war's halt so, da war der Gude, ich nenne ihn jetzt einfach mal, ähm, äh, äh, Mustafa, ja, sagen wir mal, der Gude Mustafa war mit dabei, und, äh, er durfte halt nirgendwo was essen, so, und dann standen wir vor irgendeinem Pizzaladen und haben uns Pizza geholt, und da stand er so neben, und sagt, guckt uns so an, ja, was ist denn da drauf, was sind die Inhaltszutaten, ich denke mal so, Digga, was soll ich wissen, was die da reinmachen, frag den Mann, so, ne, und dann ist so, ah, ich weiß nicht, ob ich das essen darf, darf ich mal in deins reinbeißen, und so, ah, Digga, nee, Alter, scheiß kriegst du das jetzt hier, äh, ja, 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 das Ding ist, ich hab hier auch nochmal geguckt, Digga, auch eine mega geile Bewertung, ich weiß gar nicht, warum ich mich in diesem Video darüber noch nicht abgekotzt hab, wirklich, das waren, ey, wir waren mal in so Apartments in Hamburg, ähm, und, äh, das Ding ist, da war meine Freundin halt schon schwanger, und, äh, erst mal stand im Internet, dass halt, äh, dass es halt Parkplätze gibt, obwohl es halt da gar keine Parkplätze gab, und, äh, das war auch richtig schlimm, weil auch da, wo halt diese Apartments sind, das war mitten auf so einer Hauptstraße, mehr oder weniger, ähm, da gab's wirklich gar nichts, also wir sind, glaub ich, wirklich 20 Minuten rumgefahren und haben nach Parkplätzen gesucht, das war halt richtig schlimm, so, ähm, dann waren einfach die Fahrstühle kaputt, was auch geil war, denn die Apartments waren im sechsten bis zum neunten Stock, und wie gesagt, meine Freundin war da schwanger, ich glaub sogar schon relativ weit, auch fortgeschritten, so, und, äh, äh, dafür war die Dame am Empfang, aber auch wenigstens so nett, und hat uns ein, äh, Zimmer im neunten Stock gegeben, halt Real Talk, und unten war wohl auch was frei, weil wir haben auch gefragt, wir wollen halt nicht in den neunten, dann hat die uns, glaub ich, einem sechsten gegeben, aber die hat halt gesehen, meine Freundin ist schwanger, weiß, dass der Fahrstuhl kaputt ist, und sagt sich so, Digga, ihr, ihr seid doch welche für den neunten Stock, das seh ich doch, halt richtig, und das, ja, und das war's noch gar nicht, das WLAN war da wirklich ein absoluter Witz, also der Betreiber dieser Apartments hat dir erstmal nur 150 MB WLAN Datenvolumen pro Tag gegeben, und da steht auch nirgendwo auf der Internetseite, dass das eingeschränkt ist oder sonst irgendwas, sondern erst da haben wir das gesehen, und wie gesagt, ich arbeite ja am Internet, und man will natürlich da auch mal vielleicht abends was gucken oder sonst irgendwas, und das Dümmste ist, da standen dann halt, ja, so Zettel, wo auch die Regeln und so weiter drauf sind, und Digga, wirklich Real Talk, da stand das Dümmste, was ich jemals gesehen habe, bei uns soll man sich erholen und nicht surfen, wo ich mir so denke, Digga, willst du mich eigentlich verarschen, also erstmal die Zimmer waren richtig kacke eingerichtet, ja, mit einem Mini-Fernseher halt überhaupt kein Luxus, gar nichts, also von Erholung kann man da sowieso nicht reden, so, aber ich als ich kann mir doch, ich kann doch selber entscheiden, was für mich so abschalten heißt oder erholen heißt, also einfach mal aus der Stadt zu kommen, sich abends vielleicht nochmal ein bisschen hinzusetzen, zu arbeiten oder von mir aus ein Video zu gucken, das kann für mich genauso Erholung sein, also warum geht dieser Vermieter davon aus, ja, jeder muss sich genau so erholen wie ich, und ich mag das Internet nicht, deswegen mögen das meine Kunden auch nicht, so, ey, das ist, oder das war es auch immer noch nicht, da kommt noch eine Sache so, die Dusche, also der Vorhang von der Dusche zum Aufmachen, der war einfach außerhalb der Dusche, also draußen quasi, gegenüber von dem Bett, so, das heißt, draußen, also die Person, die hat nicht duscht, kann das einfach jederzeit aufmachen und halt reingucken, warum macht man eine Dusche mit so einem Glas davor, also ich verstehe da nicht, mach da doch eine Wand hin, Alter, so, also auch richtig bescheuert, also wie gesagt, jeder könnte das einfach währenddessen aufmachen und einfach reingucken, so, und, äh, sind da dann auch am gleichen Tag noch ausgecheckt, haben auch unser Geld wiederbekommen, wenn wir gesagt haben, ey, wir bleiben hier auf gar keinen Fall. Ich musste gerade beim Thema Dusche, musste ich dran denken, wir waren mal in Budapest gewesen, da hatte mein Vater mir und meiner Freundin zu Weihnachten die Reise geschenkt, und, ähm, das war halt ein Vier-Sterne-Hotel, ne, da denkst du dir so, boah, muss schon richtig geil sein, aber, ich weiß nicht warum, die Leute kamen auf die grandiose Idee, in der Dusche einfach nur so einen Vorhang, weißt du, also du hattest halt das Badezimmer, da war da auf dem Boden quasi so ein Abfluss, und, äh, da drumherum war so ein Duschvorhang, aber der ging nicht mehr bis zum Boden runter, und normalerweise bei solchen Duschen ist dann ja irgendwo, dass du so, so Kacheln hast, die ein bisschen höher sind oder sowas, oder dass der so nach unten geneigt ist, hin zum Abfluss oder so, weißt du, dass das Wasser nicht sich überall verteilt, das gab's da einfach nicht. Und das heißt, wenn wir dann zu zweit da geduscht haben, dann ist einfach das ganze Bad mit Wasser überschwemmt gewesen, der ganze Boden war einfach nach so einem Zentimeter oder so, also es war komplett dumm, und dann mussten wir jedes Mal, bevor wir duschen, mussten wir so einen Damm aus Handtüchern da rum und herum bauen, ne, und dann haben wir uns halt jedes Mal neue Handtücher geben lassen, weil die Leute haben halt gesehen, so, jo, wir haben halt jedes Mal so einen scheiß Damm gebaut, weil das ganze Badezimmer jedes Mal überflutet war, und, ähm, ich weiß nicht, wie du das machst, aber wenn, wenn ich halt ins Badezimmer gehe, dann schmeiße ich halt meine frischen Klamotten irgendwo auf den Boden oder so, wie dann duschen, ja, und natürlich haben wir das da anfangs dann auch gemacht, also kannst du halt komplett knicken, so, weil alles, was auf den Boden gelegt hast, war halt unter Wasser, also es war komplett dumm. Ja. Ja, ich finde, wo haben die da die Sterne her? Ja, es gibt so viele Hotels und so weiter, wo ich mir auch so denke, ey, das ist halt, das ist halt wirklich einfach, einfach dumm, auch was für, weiß ich, was für Regeln die auch machen, also gerade, wenn man irgendwie den Besuchern noch irgendwie vorschreiben möchte, was sie zu tun haben oder so, das finde ich immer ganz schlimm, weil lass doch einfach die Leute das machen, was sie halt wollen. Ja. Ja. Aber ich hab mal geguckt, ansonsten hab ich zwar noch ein paar schlechte Bewertungen gegeben, aber alles, meistens so Essensachen, zum Beispiel, ich hab auch mal einen Stern gegeben, äh, vielleicht das letzte noch zum Abschluss, ähm, wir waren halt bei meiner Mutter und waren halt schon mega unter Zeitdruck, weil wir halt unbedingt los mussten, so in irgendwie, ich weiß nicht, 40 Minuten oder so und wir haben gesagt, gut, wir bestellen jetzt einfach da, wo wirklich die niedrigste Zeit angezeigt wird und, äh, bei der Pizzeria wurde angezeigt, ja, 30 Minuten. Wir haben uns so gedacht, ja, okay, das passt, ich mein Plus, Minus, 10 Minuten, gut, kann man halt noch, äh, kann man halt noch, ähm, wie heißt denn das, kann man noch drüber hinwegsehen und nachdem die Bestellungen rausgehen, stand da halt erstmal 50 Minuten und nachdem das, also nachdem dann irgendwie, äh, 50 Minuten um war, stand da ihre Bestellung wird in 30 Minuten geliefert, es hat einfach 80 Minuten gedauert und wir konnten das halt Realtalk nicht essen, weil wir halt los mussten. Geil. Also ich versteh's ja nicht, so gib doch richtige Zeiten an, was soll das, ich check das nicht, ey, wirklich, meine Güte. Ja, 10 von 10, aber du, ich muss auch jedenfalls sagen, du bist ein größerer Allmann als ich, hab ich grad festgestellt. Ja, auf jeden Fall, safe. Ey, das ist halt, das ist aber auch so. Du genießt das aber auch so, oder? Ja, ja, das ist aber auch halt, muss ich sagen, halt aber auch typisch, man, äh, bewertet halt auch eher Dinge, die einem nicht gefallen, als Dinge, die einem gefallen, ne? Also das ist ja irgendwie halt immer so. Ich mein, wenn der Service halt jetzt richtig gut ist, denkst du dir so, ja, passt, ist doch geil. Ähm, wenn halt irgendwas falsch gelaufen ist, denkst du dir aber so, ne, den muss ich jetzt aber unbedingt eins reindrücken. Ja, aber apropos, das hat mich grad erinnert, wir haben schon ewig nicht mehr geschaut bei Apple Podcasts nach unseren Bewertungen, oder? Ne. Rothaarig und langhäisig Apple, mal gucken, da bin ich aber gespannt hier. Ich bin gespannt, ob irgendwas Neues dazugekommen ist, also wir haben 500 Bewertungen, 4,6 Sterne. Ja, das ist gut, denk ich. Ist okay, ne? Wie komm ich denn auf die Bewerbung drauf? Ich bin auch grad am überlegen, ich bin komplett überfordert hier mit diesem Internet. Ah, unten, du kannst ein bisschen runterscrollen. Ah, zu viel Werbung, die Werbung nervt extrem. Ah, das hab ich ja gelöst, das Problem, gar kein Problem, gerne. Fünf Werbungen pro Video? Hä, das ist doch aber auf YouTube oder nicht? Ah, okay, der gibt uns bei Apple Podcasts Bewertungen für deinen YouTube-Kanal. Feier ich. Wenn ich auf Bewertung gehe, steht da, Verbindung wird hergestellt, aber sie wird nicht hergestellt anscheinend. Ja, da hab ich auch grad das Problem. Okay, perfekt. Ja, Shoutout an Apple. Schreibt uns neue Rezensionen auf Apple Podcasts, Freunde. Vielleicht können wir die, wir sehen nur die ersten drei, aber ich bin mir sicher, da ist grandioses Zeug dabei. Aber wir haben auf jeden Fall neue Zuschriften bekommen, einige. Und ich würde sagen, ich lese jetzt einfach mal eine vor und zwar, hey, ich hätte ein Thema für eure nächste Podcast-Folge, und zwar die gefährlichsten Situationen, die ihr in eurem Leben hattet. Die gefährlichste? Ja. Oder gefährlichsten, kann ich sagen, Plural. Also die gefährlichste, die ich hatte, da hatte ich aber quasi, weiß ich nicht, nicht viel damit zu tun, sag ich jetzt einfach mal. Ich war ja mal bei den GSB Airsoft Days, irgendwie, ich glaub, 2017 oder so weiter war das. Und wir waren halt im Lager von den Betreibern halt, weil wir die halt kannten und so. Und das Gefährliche war, die hatten da so eine Schreckschusspistole liegen und mein Kollege dachte einfach, dass das eine Software ist und ist dann wirklich an meinen Kopf rangegangen und hat abgedrückt. Die war aber leer. Wenn die voll wäre, wäre ich tot. Also ich hab wirklich Glück gehabt, dass die die Waffe da halt nicht geladen liegen lassen. Gut, das ist wahrscheinlich auch normal. Ich glaub, du lädst sowas auch, also lässt eine Waffe ja nicht geladen da liegen. Aber da hab ich echt Glück gehabt. Wenn da was drin wäre, Digga, wäre vorbei. Schon krass eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Ich weiß nicht, wäre man da direkt tot? Oder wäre da nur auf jeden Fall schwere Blutung? Also ich glaub, mindestens mal Behinderung auf jeden Fall. Also weil locker... Nee, ist ja eh schon da, aber... Jaja, klar. Weil da locker wäre was da, in meinem Kopf auf jeden Fall kaputt gegangen. Also hundertprozentig, da bin ich mir sicher. Also ich lese grad hier, es gab mal beim Tagesspiegel, ist ja ein Bericht aus Berlin, wer hätte das nur gedacht. Schreckschusswaffe an den Kopf gehalten und abgedrückt. Jugendlicher bei brutalem Überfall in Marzahn schwer verletzt. Okay, also man muss nicht dabei sterben, aber es ist auch nicht gut scheinbar. Ja gut, ich glaube, es kommt halt auch darauf an, welche Entfernung, aber wenn du wirklich aus einer minimalen Entfernung da einen abkriegst, dann ist halt vorbei, würde ich schon sagen. Okay, ja hier steht auch, der Gasstrahl einer Schreckschusswaffe kann problemlos weiches Gewebe wie die Herzkammerwand durchschlagen. Besonders gefährdet ist auch der Schläfenbereich, der nur wenige Millimeter dick ist. Es hat sogar schon Todesfälle gegeben. 1996 verblutete ein 21-Jähriger, weil er durch auf den Hals gesetzten Schuss aus einer Schreckschusspistole seine Halsschlagader zerfetzt worden war. Ja, das hättest du sein können, ne? Ja, das hätte ich sein können, ne? Ja gut, der hat mir auch so auf den Hinterkopf gezielt. Mal gucken, aber ja, schwierig. Ja, Freunde, bitte einfach generell nicht mit Waffen. Ich glaube, nur mit einer Airsoft sollte man jemanden nicht in den Kopf schießen. Das ist auch schon scheiße. Ja. Das zieht ja auch übel. Ja, halt so in Matches hast du ja auch normalerweise so eine Brille an und so weiter, ne? Also da hältst du dich ja auch normalerweise dann bedeckt, sag ich mal. Ja, natürlich, aber hattest du da sowas auf? Ja klar, ich hab, also früher, wo ich, also ich spiel jetzt kein Airsoft mehr, aber früher, wo ich angefangen hab, hatte ich so einen kompletten Kopfschutz, äh, Kopfschutz, Kopfschutz, Digga. Ja, äh, weil ich, ähm, weiß nicht, ich hasse Schmerzen einfach übertrieben und wollte so ins Gesicht und so weiter, fand ich irgendwie noch ekliger. Da hab ich mich halt komplett geschützt. Das ist aber nervig, weil die beschlägt halt sehr schnell. Du kannst halt natürlich deutlich weniger sehen. Ähm, bei den GSPS-Off-Days 2017 war das, wo ich das letzte Mal dabei gewesen bin. Da hatte ich dann einfach nur noch so eine, so eine normale Brille halt einfach auf, ne? Ich finde, das reicht auch. Mhm. Okay. Ja, krass. Ähm, so, ich war auch am überlegen, was so meine gefährlichste Situation war. Aber, also ich weiß noch einmal, da hatte ich auch mit dem Studium hier angefangen. Äh, damals hatte ich ja kein Auto. Also generell mein ganzes Studium über hatte ich kein Auto. Und, ähm, ich wohnte halt auf dem Dorf. Also wirklich am Arsch der Welt. Und ich musste halt mit meinem Fahrrad dann immer so zum, zum Aldi fahren. Ja, Shoutout an Aldi. Ist immer noch mein Lieblingsladen. Ähm, und ich musste da halt hin. Und, ähm, bin halt, äh, hatte so ein, ich dachte mir halt, wenn ich schon einmal einkaufen fahre, dann kann ich auch richtig voll machen, weißt du? Und, das heißt, ich hatte einen Rucksack voll und hatte halt so eine, so eine Tüte an meinem Lenkrad. Und, äh, beziehungsweise in der Hand. Und halt die Hand war dann irgendwie am Lenkrad oder so, weißt du? Und, ähm, ich musste halt so einen Berg hochfahren, der halt sich so ewig lang gestreckt hat. Das sind ja immer so die beschissensten Berge, ne? Wenn die so lang sind und, äh, ja, Steigung halt, wie beim Berg halt so ist. Und auf jeden Fall, ich fahre da. Und, ähm, es war an dem Tag recht windig. Und ich kam dann an so einer Kreuzung vorbei und von rechts kam dann auf einmal so ein richtiger Windschluss. Weißt du, du kennst das ja, wenn du irgendwie mit dem Auto unterwegs bist und, äh, es ist super windig. Und dann kommst du an so einer Stelle vorbei, wo der Wind halt komplett durchziehen kann. Und dann rüttelst du dein Auto ein bisschen durch. Ne? Kennst du doch, oder? Ähm. Meine Autos haben solche Probleme nicht, aber ich weiß, was du mir sagen möchtest. Ja, oder stell dir vor, es ist halt echt windig und du fährst am, äh, überholsten LKW. Weißt du, dann hast du so eine kurze Zeit, wo du halt nicht merkst, dass du so ein bisschen gegensteuern musst. Weißt du? So, und auf jeden Fall so ähnlich war das. Ich fahre dann halt über die Straße und dann wurde ich halt von so einem Windstoß, äh, komplett unerwartet so erwischt. Und dann hat halt mein Lenker verzogen. Und dadurch, dass ich halt meine, äh, voll beladene Einkaufstüte am Lenker hatte, ist dann der Lenker so richtig weit reingeknickt. Und ich bin halt voll auf die Gegenfahrbahn gekommen und da fuhr mir halt so ein weißer Sprinter entgegen. Ähm, und ich weiß nicht wie, ich hab's irgendwie geschafft, das Ganze dann noch so ein bisschen nach rechts zu retten, sodass er mich nicht erwischt hat. Aber das war Millimeterarbeit. Äh, sonst hätte mich da halt voll so ein Sprinter in, äh, in Asphalt gejodelt. Und, äh, das wäre, glaub ich, nicht gut gegangen. Also ich glaub, mein Schutzengel hatte an dem Tag auch einen stabilen Burnout. Ja. Ja, ich hatte, was ich mal hatte, ich hab mir mal vor, boah, acht, neun Jahren oder so, das, äh, so ein Auto von meinem Vater ausgeliehen. Und ich weiß nicht, der hatte so ein Auto, das hat halt locker nur 200 Euro gekostet oder so. Ich weiß gar nicht mehr, was für eins das war. Das war wirklich, äh, dass ich damit nicht gestorben bin, ist halt wirklich, äh, glücklich. Und wo ich zu meinem Kollegen gefahren bin, der hat auch auf so einem Berg gewohnt. Äh, da war eine relativ krasse Steigung sogar. Und ich bin halt Realtalk einfach beim ersten Mal hochfahren, weil ich zu langsam war, nicht hochgekommen. So, das Auto war zu schwach. Ich bin wirklich mitten auf diesem Weg dann halt stehen geblieben. Musste mich dann wieder runterrollen lassen. Und hinter mir war einer, der das dann irgendwann auch gecheckt hat. So, ey, ich komm hier nicht mehr weiter und ist dann halt zur Seite gefahren. Und dann muss ich nochmal so mit Fullspeed, wirklich Fullspeed hochfahren, um da irgendwie hochzukommen. Alter, das war auch schon krass, ey. Geil. Ach, heftig die damalige Zeit, ey. Oh Gott, das erinnert mich so ein bisschen an meine Mutter. Die hatte so einen ganz alten Volvo. Und der war halt echt so kacke. Ich hab's gehasst, damit zu fahren. Weil du hattest gefühlt, der war, äh, die Kupplung war so ausgeschliffen und so weiter, weißt du? Hier wurde mit der Hand da, wie heißt das, Steuerknüppel? Schallknüppel? Du weißt, was ich meine, ne? Ja, das Schallding. Also, das hat ja so verschiedene Punkte, in die du halt reingehst, um in die verschiedenen Gänge zu gehen, weißt du? Und das war halt alles gefühlt so abgeschliffen, also so abgenutzt schon, dass du hast so, äh, geschaltet und hast dann gefühlt so im Kreis das Teil gedreht und hast gehofft, dass du gerade beim richtigen Gang, äh, hängen bleibst. Also, das war echt ein Horror, da dann, äh, berghoch zu fahren und zu schalten, ne? Ich hab dieses Auto so gehasst. Mhm. Das war dann auch einer der Gründe dafür, warum ich dann, äh, so ewig lang einfach kein Auto gefahren bin, ne? Ja. Ja, aber ansonsten, äh, mir ist gerade nur eingefallen, ich hatte mal, äh, vor mir eine Maske zu bauen und hatte mir damals dafür so eine, so eine Paintball-Maske bestellt, weißt du? So eine richtig feste, weil ich mir dafür halt dann eine Maske basteln wollte, um halt in Videos dann, äh, irgendwie damit aufzutreten. Und ich hatte nix, um das zu schneiden damals in der WG und mein Mitbewohner, der hatte sich so super fancy Messer gekauft. So, die waren auch so dunkel anthrazit irgendwie so, keine Ahnung was, aber so richtig geile Messer. Und dann dachte ich mir, ja gut, damit kannst du ja so Hartplastik mal durchschneiden. Hat natürlich nicht so gut geklappt. Hab da ein bisschen reingeschnitten und dann wollte ich halt irgendwie das Messer so rausziehen oder so und ich hab das dann nach oben gebogen, während die Klinge noch in diesem Plastik gesteckt hat und dabei ist dann die Klinge abgebrochen und da ist so ein winziges Stück einfach ein paar Millimeter in meinem Auge vorbeigeflogen. Also die Spitze von diesem Messer. Wäre die drin gelandet, ey, das wär's gewesen mit meinem Auge. Da wär ich jetzt Pirat. Äh, das war auch krass. Das war auch so scheiße. Langhaisig und piratisch wäre auch ein guter Podcast geworden. Schade, schade. Ich meine, wir hätten sie auch immer noch irgendwie, wie auf Englisch irgendwie, den Podcast nennen können. Long Neck and Ginger oder so. Long Neck and Red Hat. Ja, wie läuft dein Auto jetzt so? Du hast dein Auto, erzähl mal. Mein Auto? Wunderbar. Also ich kann mich nicht beschweren. Vor allem dieses Hybrid-Ding. Du hörst halt nicht, wenn er startet. Das ist schon geil. Das ist was Feines. Ich hab jetzt auch, ja, sag erstmal. Stimmt. Ne, ich wollte gerade sagen und ich hab das Problem mit dem Steuerscheiß nicht, weil das fährt auch noch Automatik und das ist so angenehm. Ich weiß, das wird voll den Hate bekommen und so, aber ich find Automatik so viel geiler als Steuerknüppel-Krüppel fahren. Ja, ich find Automatik auch deutlich besser. Ich hatte ja auch schon, ja gut, nur mein erstes Auto war manuell. Aber ich find das auch irgendwie nervig, ne? Weil wenn du halt Automatik fährst, du musst dich halt einfach nicht drauf konzentrieren, ne? Du kannst halt einfach komplett chillig halt fahren und gerade die heutigen Autoscheiden ja auch sehr, sehr gut. Das find ich deutlich angenehmer, als wenn du halt dann immer selbst 1, 2, 3, 4, so und dann manchmal bist du dir nicht sicher. Dann denkst du so, ha, 3 oder 4, wo bin ich jetzt eigentlich? Dann fühl ich irgendwie nicht so. Ne, ich meinte dann auch so zu meiner Freundin, dass sie Automatik einfach viel geiler findet und sie dann so, ach ne, dann wäre mir direkt viel zu langweilig beim Fahren und so. Und ich denk mir immer so, dass so dieser Standard-Kommentar so, mir ist so langweilig dann beim Fahren. Ja, Dicker, dann wichst du auch unterwegs, Mann. Dann kannst du, oh, jetzt hast du aber eine Handfeier, ist nicht mehr langweilig direkt. Ah. Okay, ja, dein neues Auto, ich hab schon gesehen bei Insta, sieht sehr geil aus. Ja, Mann, ja, ich hab, also wie ja einige wissen, ich hab mir ein neues Auto geholt. Ich hab das ja vor 6 Monaten oder so bestellt oder 7, im Mai, glaub ich, war das. Und es hieß sogar jetzt erst vor einem Monat so, nee, das kann nicht kommen, das kann nicht mehr gebaut werden. Weil die jetzt irgendwie in ein paar Monaten, glaub ich, einen neuen A8 rausbringen. Dann, ja, haben die aber irgendwie noch da rumgestresst oder so. Dann hab ich den jetzt tatsächlich doch bekommen. Äh, und der ist jetzt seit gestern, glaub ich, seit gestern ist der bei Audi. Und ich bin gestern da hingefahren, weil wir die ganzen Zulassungssachen machen wollten. Und der meinte, ey, der ist heute gekommen, wir können den schon mal angucken. Und, äh, ja, der ist halt wirklich, also sehr, sehr geil auf jeden Fall, ne. Ähm, hat man ja auch schon gesehen gehabt. Äh, der hat wirklich alles, ne, Getränkefach, ähm, hinten Bildschirme drin und solche Sachen. Es ist wirklich ein Traumauto, ehrlich. Ja, das sieht echt geil aus. Vor allem, du hast ja auch noch irgendwie Kuchen-TV eingravieren lassen oder sowas, ne? Äh, ja, genau. Da, wenn man, äh, auf der, auf der Fahrer- und Beifahrerseite, wenn man einsteigt, unten in dieser Leiste steht Kuchen-TV drin. Das heißt, man kann mich jetzt mit Füßen treten. Ja, geil. Hättest du Send Nudes reinschreiben sollen oder so? Wär auch lustig gewesen, ja. Gas for Ass. Ja, aber ich hab gedacht, Kuchen-TV ist halt schon geil, dass dann so, ja. Ja, feier ich. Ja, cool. Äh, wann kriegst du das Auto? Äh, nächsten Mittwoch. Geil. Nächsten Mittwoch kann ich das abholen, ja. Jetzt wird alles gemacht, muss noch eingestellt werden. Probefahrt hier unten in die Pfalz? Vielleicht. Ja, es fällt vor Weihnachten seit der 22. Ne, es wird schwierig auf jeden Fall. Ja, ich mach auch Spaß. Ich muss am nächsten Mittwoch, das ist der 22. Da fahr ich wahrscheinlich auch nach Braun. Ja, ich mein, ja, du wolltest ja auch sowieso immer mal wieder nach Braunschweig kommen, von daher passt das. Ja, auf jeden. Ja, besprechen wir nachher im Anschluss mal, wann das passen würde. Bei mir passt es immer, dir passt es nie. Okay, pass auf, dann, äh, sag ich einfach mal das Wochenende vom 7.8.9.1. Ja, passt. Okay. Gut. Ja, das war mal so. Schön. Ja, würde passen. Ja, nice. Ich hoffe, ich's vergesse nicht, aber das ist dann ja auch schon bald, ne? Geil. In einem halben Monat ungefähr, ja. Ja, ja, doch stimmt. Und, scheiße, ja, Weihnachten ist ja auch schon so bald, ne? Nächste Woche. Ja. Hast du, hast du alle Geschenke schon? Nee, also, ja, weiß ich nicht. Ich hab für meine Nichten, hab ich was bestellt. Ja, aber nein, aber, ja, aber nein. Ich sag mal, das ist immer so das Praktische. Meine Schwester schickt einfach so Amazon-Wunschlisten, weißt du, für jedes Kind eine und dann schick ich da halt irgendwas hin. Da muss ich mir keine Gedanken machen, das ist schon ziemlich geil. Und wir haben es halt jetzt so gemacht in der Familie, dass wir halt wichteln. Also, ich feiere halt mit meiner Mutter, ihrem Freund und den Kindern von ihrem Freund zusammen. Und da ist es halt so, dass man halt für eine Person einfach für 50 Euro was wichtelt. Und die Person, die ich gezogen hab, hat sich einfach 50 Euro Ikea-Gutschein gewünscht. Also, perfekt. Ja, okay, so war es immer einfach. Ja, ich hab halt Glück. Meine Familie ist halt zum Glück nicht so groß. Also, die einzigen Personen, denen ich halt was schenke, sind halt Noah und Gina natürlich. Wobei es mit Noah halt easy ist, weil ich schenke ja mit Gina was zusammen. Und ja, Gina sucht einfach was raus, um ehrlich zu sein. Das ist einfacher, aber ich bin da jetzt irgendwie nicht so drin in dem Game, sag ich mal. Und dann halt noch meiner Mutter. Und das war es tatsächlich. Also, zwar noch Ginas Eltern und ihrer Schwester, aber auch da macht es halt eher Gina. Da schenken wir halt auch was zusammen, weil es natürlich deutlich einfacher ist. Und ja, deswegen ist das ziemlich easy auf jeden Fall. Da gibt ja auch irgendwelche Familien, wo du dann irgendwie fünf, sechs, sieben Leuten irgendwelche Geschenke kaufen musst. Und da musst du ja auch gucken, ja, wie teuer, was überhaupt und so. Aber wenn du so wenige Leute hast, ist es sehr chillig. Ja, ey, das Ding ist aber auch zum Beispiel beim Vater. Ich hab keine Ahnung, was ich dem zum Beispiel schenken soll. Weißt du, der Mann hat alles. Original. Ich hab jetzt im Endeffekt, hatte ich gesehen, es gab bei Amazon irgendwie so ein Angebot. Irgendwie zehn Blu-Rays für 50 Euro oder so. Und dann hab ich einfach dem irgendwelche zehn Filme bestellt von denen. Ich hoffe, dass er die noch nicht hat. So, weil man kann dem Mann einfach nichts mehr schenken. Der hat im Original alles. Weißt du? Ja, das Problem hat meine Freundin auch bei mir. Also, die sagt auch immer so, ja, ich weiß gar nicht, was ich dir schenken soll. Und ja, also im Endeffekt ist es ja auch so. Ich meine, weiß nicht, auch wenn das jetzt dumm klingt, so. Ich sag mir jetzt so Kleinigkeiten, die man halt haben möchte, so die kauft man sich einfach. Ich meine, so ein Geschenk soll ja jetzt auch keine 5000 Euro kosten oder so, sondern, weiß ich nicht, maximal vielleicht ein paar Hundert oder so. Aber wenn ich da jetzt irgendwas wirklich wichtig auch brauche, so, dann hol ich mir das halt normalerweise auch. Und umso schwieriger halt mir irgendwas zu schenken, ne? Ich find das halt aber auch so schwierig. Weißt du, wenn ich irgendwas wirklich haben will, dann kauf ich mir das halt direkt. Dann hab ich auch keinen Bock mehr darauf zu warten. Ja, und vor allem, du musst dir auch erstmal hoffen, dass es dir jemand schenkt. So, wenn du es dann nicht mal geschenkt bekommst, oder hast du auch noch umsonst gewartet, so, weißt du? Und das ist ja auch nicht so cool. Auch immer, wenn meine Freundin fragt, so, ja, was wünschst du dir zu Weihnachten? Dann sag ich immer, die soll sich halt irgendwie irgendwas Schönes zum Anziehen kaufen halt und dann Sex halt. Ja, Mann, hab ich ihr auch gesagt. Ich hab auch meiner Freundin gesagt, ey, einfach Sexgutscheine. Wirklich, das kann so einfach sein. Ja, wir haben ja auch eine 365 Gutscheine. Hab ich nicht bekommen. Ne, ich auch nicht irgendwie. Ich find's auch, ich versteh's auch nicht. Da hast du einen Wunsch. Ja. Und der Freundin so, nö. Das ist das Einzige, was ich haben will. Dann soll wenigstens der Weihnachtsmann vorbeikommen mit seinem geilen Bart und dem dicken Sack. Ja, das wär auch okay. In der Not fickt der Teufel fliegen, oder wie war das? Ja. Kennst du das Problem, dass wenn du Geschenke gekauft hast, du die immer direkt verschenken willst? Ja, ich will da auch nicht warten. Ich hasse das. Ja, vor allem, ich weiß auch manchmal, wenn du so Geschenke hast, wo du auch wirklich Bock drauf hast, die halt weiterzugeben, so. Weil es vielleicht auch halt was Krasses ist und du weißt, dass dich die Person krass freut. So hast du auch keine Lust halt so lange zu warten, sondern du willst das halt jetzt direkt, also dergeben halt, ne? Ja, ich hab das halt jedes Mal und ich muss original immer zwei, dreimal Weihnachtsgeschenke nachkaufen, weil ich die dann irgendwann immer direkt verschenke. Weißt du, dann hat meine Freundin irgendwie einen Scheißtag oder so. Dann sag ich, guck mal hier, was ich für dich hab, so toll. Ja, dann hab ich dir das schon geschenkt, jetzt muss ich mir irgendwie wieder losziehen und irgendwas Neues überlegen. Ja gut, sowas hab ich nicht ganz so Glück warten, aber... Echt? Ne, ich krieg das nicht hin. Das ist genau wie bei Videos, wenn ich die hochlade und die sind nicht werbefreundlich. Spätestens nach zwei Tagen nach der Überprüfung geb ich die Dinger frei, weil ich will dann Reaktionen sehen und ich will wissen, wie das ankommt. Ich kann das einfach nicht. Ja, ich hab auch keinen Bock, weil ich hab jetzt auch zwei Videos jetzt wieder fertig, die ich auch hochgeladen habe und beide immer noch Geldmann. Das eine hab ich halt Realtalk vor sechs Tagen oder so hochgeladen. Es ist halt immer noch nicht überprüft. Ich hasse das wirklich. Es ist so nervig manchmal. Ja, das ist ja bei mir auch das Ätzende, dass ich da aus diesem Scheiß-Algorithmus rausgeflogen bin, weil ich beim Wiedereinstieg ins Partnerprogramm gesagt hab, ja, monetarisier mal alle Videos. Und dann wurden natürlich auch alle Videos monetarisiert, die damals schon bestätigt wurden, dass sie nicht geeignet sind. Und deswegen bin ich da aus diesem Trusted-Flagger-Programm dann halt rausgeflogen. Ist auch total dumm, dass die Möglichkeit überhaupt besteht, dass du sagst, du kommst ins Partnerprogramm, dann wird alles automatisch eingeschaltet. So auch bei Videos, wo du weißt, die sind halt nicht tragbar. Ja, check ich auch nicht. Vor allem, wenn YouTube das halt schon weiß, dann so absichtlich so, ja, du hast es ja auch eingereicht. Aber schuld, hättest du mal die 800 Videos einzeln eingereicht, Digga. Ja, totaler Scheiß. Ja, danke. An dieser Stelle nochmal, YouTube. Danke, Merkel. Ja, danke, Scholz. Okay. So, ich glaub, dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ja. Und ja, dann haben wir noch, wenn ich's richtig seh, zwei Folgen bis Silvester, ne? Wir haben eine Folge am 24. und eine am 31. Wir haben jetzt einfach original zwei Jubiläumsfolgen. Geil. Stimmt, ja. Perfekt. Ja, und dann gibt's uns auch schon fast ein Jahr. Wie wann haben wir angefangen? Ne, über ein Jahr gibt's dann schon. Letztes Jahr haben wir schon angefangen. Ich glaub, wir hatten damals angefangen, letztes Jahr vor Weihnachten die Podcasts zu starten. Und im Endeffekt, dadurch, dass wir die dann so versetzt hochgeladen und fertig gemacht haben, haben wir irgendwie die Folge, wo wir über Weihnachten reden, dann irgendwie im Frühling hochgeladen oder so. Stimmt, das kann sein, ja, Mann. Ja, guck, ich hab's dir gesagt, ich find's deutlich besser, dass wir jetzt nicht mehr so vorproduziert haben, sondern dass wir dann ein bisschen Zeit gelassen haben, weil, ja, das macht halt keinen Sinn. Wir haben halt teilweise über Dinge geredet, die dann halt vor fünf Monaten passiert sind oder so. Und das wusste ja auch keiner mehr. Und keiner hat das mehr gecheckt, so. Aber es war auch vielleicht so ein bisschen nostalgisch, weißt du? Dann so, ah, stimmt, da war ja mal was. Das kann natürlich auch sein, ja. Wahrscheinlich ist das aber auch so bei allen Leuten, die jetzt erst im Nachhinein anfangen, uns zuzuhören und sich dann denken so, die starten jetzt einfach bei Folge 1 und dann reden wir über Ereignisse, wo du dir denkst, Alter, wann war das denn? Wie alt sind die denn bitte? Ja, ja. So, ja. Ich glaube, viel mehr gilt dann tatsächlich auch nicht zu erzählen. Ähm, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns bitte weiter Themenwünsche, äh, schreibt uns gerne Wünsche aller Art. Ah, und eine Sache, ich brauch halt immer noch ein Geschenk für meine Mutti. Äh, ihr könnt uns ganz gerne mal Tipps geben, was kann man seiner eigenen Mutter schenken. Äh, bitte kein 365-Tage-Sex-Gutschein. Danke. Den, den hat sie schon vom letzten Jahr. Ach, verdammt, da muss ich mir was anderes schenken. Okay. Dann guck ich mal. Okay, ciao. Ja, ciao. Ja, sechs, bye, 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 bye.